Berlin, Berlin, wir waren in Berlin und es war cheesy, ii, ii. Aber was haben wir in Berlin gemacht? Genau, wir haben ein Video gedreht. Wir sind hier auf YouTube, wir haben ein Video gedreht. Wer sind wir? Wir sind einmal Ladies First, natürlich Darum. Sie macht YouTube und Make-up Videos. Eine ganz, ganz nette. Macht auch nicht nur solche Schmink-Videos oder so. Guckt euch auf jeden Fall mal ihren Kanal an. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Dann waren wir bei Maniac. Er hat uns seine Wohnung für den Videodreh zur Verfügung gestellt und ist auch ein Spitzenkameramann. Also an den lasse ich wirklich nichts rankommen. Und dann war Fabi dabei, der super Fahrer, Jetpilot, Flieger, Minecraft-Spieler, Gambler, Lasagne, Bäcker of the World. Und natürlich Dima und Sascha von den Außenseitern. Wer kennt sie nicht? Und ja, die Jungs haben mich um halb vier morgens abgeholt. Hier, Mikasa. Und wir sind dann losgeflogen und auf der Autobahn. Irgendwann um sechs Uhr haben wir ein bisschen Hunger bekommen. Sind dann bei der nächsten Raststätte raus. Und da war dann ein McDonalds. Die Leute, die mich so ein bisschen kennen, ein bisschen verfolgen, wissen, ich mag McDonalds nicht so gerne. Stehe ich nicht so dahinter. Aber es gab keine andere Möglichkeit. Die Jungs haben gesagt, komm, lass uns zu McDonalds gehen. Wir sind zu McDonalds gegangen. Und wir wurden belohnt, weil wir haben etwas gesehen, was, glaube ich, sonst noch nie jemand gesehen hat. Also außer, man arbeitet bei McDonalds. Aber sonst kriegt man das so als Normalsterblicher nicht zu sehen. Und zwar, wie sie die Menükarten wechseln. Und weil ich wusste, es ist ein besonders magischer Moment, habe ich das einfach mit dem Handy aufgenommen. Und ihr könnt es jetzt hier sehen. Du hast echt einen Rast aufgenommen. Wenn uns alles auf den Geräte hatte, kann man sagen. Ja, die Zeit für die Kamera ist. Ja, das ist nicht die Kamera. Ich glaube, es ist nicht die Kamera. Kamera, bitte ich verleihend. Ja, wir waren da natürlich total von den Socken. Also wir haben gedacht, jetzt haben wir alles gesehen, was im Leben wertvoll ist. Haben uns hingesetzt, gegessen, ein bisschen Faxen gemacht. Das könnt ihr hier sehen. Ja, und dann sind wir weitergefahren. Und ich glaube, irgendwann um halb zehn oder so waren wir dann in Berlin. Bei Maniac zu Hause. Super lieber Kerl, super coole Wohnung, super tight, super fresh. Wir haben uns erst mal ein bisschen ausgeruht. Und so eine Stunde später kam dann auch der Room. Und ja, wir haben ein bisschen die Sachen besprochen, sind dann direkt los, hatten solche Fahrräder gemietet und sind dann erst mal eine Stunde lang wieder durch die Gegend gefahren. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, aber es war auch wirklich viel Arbeit. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video von den Jungs auf jeden Fall einen Daumen hoch gebt. Favoritenplatz, kommentieren, favorisieren, abspacken und auf Facebook teilen, weil sie haben es wirklich verdient. Und ich denke mal, die Leute, die das Lied Easy von Crow mögen, die werden das auch mögen, weil es so ein bisschen so was ist wie so eine zweite Version. Und die Leute, die es vielleicht nicht mögen, können es auch feiern, weil es das Ganze ein bisschen parodiert. Im Original geht es ja darum, alles nicht so ernst zu nehmen und so easy, yeah, chill out und so weiter. Und in der Parodie geht es halt um einen Typen, der sich wirklich Arme und Beine ausreißt, um bei einer Frau zu landen. Also eigentlich das genaue Gegenteil. Ich habe dann noch beim Videodreh, wo wir draußen unterwegs waren, eine kleine Szene eingefangen und mit denen ein bisschen gequatscht. Zieht euch das hier rein. Worauf geht es lang? Ja? Worauf geht es lang? Wofür? Schaut. Es kommt nicht darauf an, wie lang, sondern wie breit. Wie breit? Mhm. Na, Lim. Was läuft heute ab? Wir drehen. Was drehen wir in, einen Joint? Film. Ein Film? Wie ein Film. Okay, worüber bist du? Über mich, mein Leben. Okay. Und welche Schicksale musstest du erleiden? Gar keine, mir geht es immer gut. Ja, ehrlich? Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn es einem schlecht geht. Cool, aber wie spielst du das dann? Wie schaffst du jetzt, also könntest du jetzt wirklich auch auf Kommando vielleicht weinen? Ja. Mach mal kurz, bitte. Okay, okay. Und könntest du jetzt auch zum Beispiel mal so, was ich immer besonders krass finde bei Schauspielern, wenn die so einen übelsten Lachanfall kriegen? Ja, ja, es ist ganz einfach. Okay. Achtung. Hammer. Okay, nicht schlecht. Ich kann nicht zu viel machen, sonst kann ich schon wieder die Emotionen nicht mehr abrufen. Okay, was trägst du heute im Gesicht? Ketchup. Okay. Und deine Ziele, deine Träume im Leben? Hab ich erreicht. Liebster Regisseur, mit dem du mal zusammenarbeiten würdest, außer mir? Martin Scorsese. Ehrlich? Taxidriver hat er auch gemacht, ne? Nicht nur. Nicht nur, was noch? Was er noch gemacht hat? Gangs of New York. Okay. Aha. Weiß ich nicht. Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio. Spielt er, glaube ich, mit? Ja. Als kleiner Junge. Und ein Schauspielkollege, mit dem du gerne mal zusammen spielen würdest, außer Moritz, bleib treu. Martin Scorsese. Kevin Spacey. Kevin Spacey. Kevin Spacey. Aha. Kevin Spacey. Sushi, warum ist Darum die perfekte Besetzung für diese Rolle? Kevin Spacey? Ja. Weil Kevin Spacey ist der Beste, der Beste, der Beste, der Beste. Okay. Kevin Spacey. Okay. Ist er nicht ein bisschen zu Spacey? Er ist schwul. Ich bin schwul. Mach doch nicht. Kevin Spacey. Kevin Spacey ist auch schwul. Bist du bereit, heute deine Mütze abzugeben für diesen Videodreh? Wenn sie es braucht. Wenn sie es braucht? Was mein Auto angeht. Bin ich froh? Was mein Auto angeht. Komm zu mir und sei froh, wenn ich dir... Ein Autogramm gebe. Yeah. Okay, dein Lieblings... Ich spanne meine Muskeln an im Restaurant, denn meine Freundin Muskeln an im Restaurant. Armer. Okay. Wow, 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 wow. This is... Fabioso. Dima, was passiert heute hier? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich glaube, es wird geil. Ich glaube, es wird kalt. Ja, meine Lippe ist schon. Es ist schon kalt. Und The Maniac. Ich würde gerne jetzt fahren. Das ist krank. Das ist typisch YouTube-Roman. Okay, wir sind jetzt hier bei der Mortal Green, die Arden-Foskat-Röntgen-Analyse-Mustitut-Theridica-Montöse-Oblio-Kupus. Und ja, wir haben wirklich den ganzen Tag gedreht eigentlich. Es war auch echt anstrengend, vor allem dadurch, dass wir auch gar nicht geschlafen haben die Nacht davor. Aber es war auch wirklich... Ja, lehrreich ist vielleicht das falsche Wort. Aber es war spannend und aufregend. Und ich denke, auch das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Wir sind dann irgendwann abends um 11 oder so sind wir zurückgefahren. Und um 3, halb 4 war ich wieder hier und habe gut geschlafen. Und jetzt freue ich mich, dass die Jungs das Video fertig gemacht haben. Also checkt es auf jeden Fall mal aus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr euch diese kleine Geschichte von mir hier angehört habt. Mein Name ist Max. Ich komme aus Neuss. Bis Spider-Man. Ich komme aus Neuss. Ich komme aus Neus. Also mein Name ist Max. Ich komme aus Neuss. Ich komme aus Neus. Ich komme aus Neus. Ich komme aus Neus. Ich komme aus. Untertitelung des ZDF, 2020